So, gut. Jetzt erstmal Level 4. Wahrscheinlich auch erstmal die letzte Folge für Doom the Wated. Danach werde ich eine kleine Pause machen, bisschen was essen, Beine vertreten, tut mir bereits mein Hintern weh. Äh, und dann werde ich wahrscheinlich jetzt mal ein paar andere Sachen machen. Ich meine, jetzt gibt es ja auch hier noch andere Sachen. Joa. Das andere ist dann alles guter Doom, ne? Ja. Ah ne, hier unten ist auch nochmal Doom for Doom. So, okay, genau. Gucken wir mal. Hoffentlich ist jetzt nicht die gesamte Map so dunkel wie der Anfang. Das wäre ein bisschen optimal. Hallo. Ich würde sagen, wir haben einen alten Rechner, oder? So, gut. Ah, okay, okay. Die Map müsste man mit Brutel Doom spielen lassen, wenn wir das nicht in der Taschenlampe. Oh, Alter, wir sind schon wieder alles. Macht das Sinn? Ich meine, gut, es wäre jetzt worteilhaft, weil es so dunkel wie alles ist. Wir müssen wahrscheinlich das gesamte Spiel über hier nach orientieren. Okay, wie kommt man da rauf? Wahrscheinlich wird man wieder teleportiert. Alter, die Map, da ist ja, hier wird man quasi nur rumteleportiert. Alter, wo ist denn da hoch? Ach, da. Goddammit. Hä? Oh, 94 Gegner. Es geht. Sieht ja alles so leer aus. Wohnt ihr jemand? Hallo? Wollt ihr mich dann verarschen? Es ist ja alle scheiße dunkel, sind nur noch die ersten Spektre? Ihr habt doch was noch auf dem Speeek. Wo? Wo? Ach, da oben. Wow. Alter, ihr habert mich doch hier sowas von... Rollen. Ja, das ist schon richtig gedacht. Die gucken alle auf mich herab. Die blicken alle auf mich runter. Du hast keine Teilchenlampe, Depp. Kauf dich mal eine. Na komm her. Wow, wow, wow. Was war das denn gerade? Halleluja. Geht der ab wie bei einer Weihnachtsfeier? Oh. Ich will das nicht. Ich wurde nicht gefragt. Oh. 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 Alter. Ey. Wie muss ich das früher ausgesehen haben? Oh, komm mal. Das Potsier. Äh, war früher sogar heller. Wow. Die sind mit Brutal Doom. Äh, Quatsch. Mit GZ. Äh, guck mal. Was red ich denn da? Mit Open GL. So war das dunkel aus, als es... Vanilla ist. Ja, wobei geht so. Ey, geht. Ist doch egal jetzt hier. Alter, legt mich doch. Oh. Oh. Ich mach echt ein Exempel. Oh mein Gott. Potsier ist mit bald. Gott, schon wieder so viele Teleporter hier. Oh. Oh. Und was ist das? Aha. Das ist nahe unserer alten Basis. Also da wo wir angefangen haben halt. Huh. Ah, wer wirklich drin teleportiert mit in den Kackhofen, nein, da. Ah, okay. Wahoo, scheiße. Komm mal her, komm, komm, komm. Du kommst jetzt her, komm, komm, komm. Echt, hau dich, mach dich. Feel the pain. Ja, komm. Oh. Was? Okay. Keine Ahnung, ob das geil ist oder eher erschreckend. Oh, guck mal lieber. Ne, ist gar nichts. Das ist hier schon wieder eine Falle, ey. Oder auch nicht. Man sieht einfach gar nichts. Gut, wir haben jetzt die gelbe Karte. Mit der kommen wir nach da oben links. Hier, alle Secrets. Also, ja, da. Aber Nusser kommt da hin. Ah. Okay, kommt man da mit Umfeld zu. Ah, klar. Wir kommen damit zu unserem ersten Secret. Yay. Geil, Armato. Ähm. Okay. Wo ist das da? Das sieht aus wie so eine Rüstungsteile. Ah, ja, ist es auch. Gut. Na komm. Fuck you. Wow. Alter, erschreckend. Ist doch nicht so. Boi. Digga. Was ist das für eine Waffe? Alter. Da denkst du gleich, die ganze Welt geht unter, weil du übersteht einfach nur in Flammen, ja? God damn it. God damn it. Alter. Man kann es doch nicht übertreiben. Wie kommt man da rauf? Ach so. Gar nicht. Okay. Gelb. Wir müssen, wir müssen irgendwo hin, wo es gelb ist. Aber ich weiß nicht, wo wir da hin kommen. Wie kommen wir nicht rauf? Kommen wir hier rüber? Auch nicht. Da gibt's, ach so, da hinten gibt's ja irgendwie was. Ja, da. Und dann kommt man hier irgendwie... Nee, kommt man nicht. Ich glaub nicht. Eigentlich, wenn man irgendwo hinkommt. Hm, lassen wir mal. Vielleicht kommen wir da von der anderen Seite hin. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn zu der anderen Seite? Nee, halt, wir müssen erst mal wieder hier hoch. Da. Ach, da ist ja auch noch gelbe Tür. Mann, da ist ja auch noch gelbe Tür. Nice. Ey, ist das geil! Für alle Kenner unter euch, diese Textur hier ist eine besondere Textur. Die waren nämlich in den alten Alpha- und Beta-Versionen von Doom. Also von dem Original, Doom 1. Da gab's erstmal eine... Da muss ich überlegen, wie um war das überhaupt. Alpha und Alpha-Beta oder andersrum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam erst die Alpha- und Beta-Version, dann kam Pre-Release. Und dann kam erst die Shareware-Version. Und dann irgendwann die volle Version. Und das hier ist eine Textur, die gab's in den Alpha- und Beta-Version, wurde aber später nicht mehr benutzt. Das ist so... Regen, die ist schon wieder so dunkel. Das ist aber schon wieder so ein Fuck-Monster. Komm her! Was ist passiert? Alter, man hält hier nur... Scheiße! Oh! Oh! Alter, aber... Da legt mich. Arschloch! Gut, dann gehen wir doch erstmal in die andere Richtung. Erscheint mir ein Versicherer. Was ist hier? Alter, ist alles so scheißdunkel. Ah! Gut, okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen runter, nach da und dann... Äh, nein, da! Bäh! Hä? Wo bin ich jetzt? Da! Nein, da! Achso, hier ist eine... Ah, hier kommt man gar nicht lang. Okay. Dann müssen wir uns jetzt sogar jeden Tag lang. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Okay. Okay. Gut, dann kommen wir also von der anderen Seite. War das schlau? Ich kann auch... Oh, hier ist ein Teleporter. Alter! Alter, hier geht ein Andor und was hoch und runter und man weiß nicht was! Was? Nein! Nee, da müssen wir einen Tiefe schlafen. Und jetzt sind wir dann irgendwie nach links? Hier ist noch gar nichts. Ah! Yay! So, haben wir so jetzt alles? Ah, Backpack. Immer gerne. Cool, hier kommen wir jetzt wieder raus. Jetzt haben wir den roten Sculpt. Kommen wir damit dahin oder brauchen wir eine rote Karte? Ja, wir haben eine rote Karte. Nee, doch nicht. Weil das ist ja wohl, ich sag nicht, wenn man die rote Karte braucht. Kommt alle her. So, da ist schon mal der blaue Sculpt, habe ich gerade gesehen. Gut, wir gucken, ob es hier noch was ist, was ich erst mal vorher... Ach so, hier ist auch rote Karte. Okay. Ich hände mich noch was. Da machen wir aber die blaue Karte. So, Exit, wahrscheinlich. So, keiner runde Raum, ich weiß, jetzt Exit. Das macht auch von der Reifel her Sinn. Ich habe nämlich jetzt hier drin... Ja, genau. Hier war der blaue Sculpt, da kommen wir den da von mir die Händen mit Exit zu gehen. Mal von Logik. Herr Detektiv Conan. So, dann kommt es mal her. Ich sehe euch alle... Was ist das hier? Ach so. Auf der Seite, klar. Nein! Nein! Boah, Alter! Was für, Alter! Degel, ich stärke mich noch. Mach doch mal nicht so Mist hier. Ist das verrückt? Ist das schon im Ernst? Goddammit! So, wenn wir was trotzdem mit mir... Was ist das denn? Ah! Aha! Ist ein Raum, von dem man hinten rankommt. Hinten, hinten kommt. Randeweiser-Bumm, da rennt halt noch. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin nicht gläubig. Aha, jetzt sind wir hier. Och nö, ich hab schon wieder Monster gehört. Ich bin nicht gläubig. Scheiße. Hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt werde ich sterben. Gut, jetzt haben wir die blaue Karte. Da ist noch was. Jetzt haben wir die blaue Karte. Hm, wie kommen wir in dieses etwas ran? Ist ja rüber. Wir haben übrigens noch diverse Secrets, die wir nicht haben. Und nicht eigentlich noch heute haben. Boah, Alter, wir haben gerade mal eins von sechs Secrets. Ja, meine Nerven war auch eliminiert und so. So, das ist noch was mit der gelben Karte. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, das sieht aus wie ein Teleporter. So, eine kleine Ecke in der Ecke. Wir müssen also da hin. Genau, da kamen wir hin. Da kommt man hier wahrscheinlich doch da. Jawoll. Okay. Das ist kein Teleporter. Fuck. Ah. Das muss hier sogar sein. Ja, wir haben ein Secret von vielen. Wir wissen aber noch nicht, wie wir da hinkommen. Wir wissen, wie wir da hinten mit dem gelben Schlüssel. Was? Warum sind die hier zwei graue Linien? Was? Ach's. Hä? 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 Komm, wir gehen jetzt hier. Das war es erstmal mit Doom's Way Tip und einer kleinen eingeschummeln Mini-Room-Tour. Wobei ihr die Engelteantenrechnung, die ich in der Roomtour gesagt habe, kennt ihr eigentlich schon aus den letzten Roomtouren. Glaub ich mal. Egal. So, damit haben wir also Doom the Way schon mal die ersten vier Folgen abgeschlossen. Wir sind also bei 2,5. Doch, dann für den Morgen. Ciao. Mit V.